1. Buch, 16. Kapitel Wenn ein Volk, das unter einem Fürsten zu leben gewöhnt ist, durch irgendein Ereignis frei wird, bewahrt es schwer seine Freiheit. Welche Schwierigkeit es für ein unter einem Fürsten zu leben gewöhntes Volk hat, nachher seine Freiheit zu bewahren, wenn es durch irgendein Ereignis zu derselben gelangt, wie Rom durch die Vertreibung der Tarquinia dazu gelangte? Das beweisen unzählige Beispiele, die man in den Aufzeichnungen der alten Geschichte liest. Und diese Schwierigkeit ist begründet, denn ein solches Volk ist nicht anders als ein unvernünftiges Tier, welches ob schon von Natur unbändig und wild immer in Haft und Dienstbarkeit ernährt worden ist, das dann zufällig auf einem Felde freigelassen, weil es nicht gewohnt ist, sich Nahrung zu suchen und die Schlupfwinkel nicht kennt, wo es sich verstecken kann. Die Beute des ersten wird, der es wieder an die Kette zu legen sucht. Eben dasselbe begegnet einem Volke, das unter der Leitung eines anderen zu leben gewohnt, da es weder über öffentliche Verteidigungen noch Angriffe zu urteilen versteht, die Fürsten nicht kennt, noch von ihnen gekannt wird, schnell wieder unter ein Joch gerät, das in den meisten Fällen schwerer ist als das, welches es kurz vorher vom Nacken geschüttelt. Und in dieser Bedrängnis sieht es sich selbst dann, wenn die Masse nicht ganz verderbt ist. Denn ein Volk, in das die Verderbnis gänzlich eingedrungen ist, kann nicht etwa nur kurze Zeit, sondern keinen Augenblick in Freiheit leben, wie unten erörtert werden wird. Und unsere Untersuchung bezieht sich daher auf die Völker, in denen die Verderbnis noch keinen großen Umfang gewonnen und mehr Gutes als Faules vorhanden ist. Zu der oben genannten Schwierigkeit kommt noch eine andere, welche daran besteht, dass der Staat, welcher frei wird, sich eine Partei von Feinden und keine von Freunden schafft. Feinde werden ihm alle, die welche von der tyrannischen Regierung Vorteil zogen, indem sie die Reichtümer des Fürsten verzerrten, welche nachdem ihnen die Gelegenheit, sich hervorzutun entzogen ist, nicht zufrieden leben können und jeder gezwungen sind, die Wiedereinführung der Tyrannenherrschaft zu versuchen, um ihr früheres Ansehen wiederzugewinnen. Freunde, erwirbt man sich, wie ich sagte, nicht, weil das freie Staatsleben Ehren und Belohnungen nur gewisser rühmlicher und bestimmter Ursachen halber aussetzt und außerhalb dieser niemanden weder belohnt noch ehrt. Und wenn einer in Besitz der Ehren und Vorteile ist, die er zu verdienen glaubt, er keine Verpflichtung dafür, gegen die, welche ihm seinen Lohn geben, anerkennt. Überdies der allgemeine Vorteil, welchen ein freies Staatsleben bringt, von keinem, solange er ihn besitzt, erkannt wird, nämlich der, dass man ohne irgendwelche Scheu frei sein Eigentum genießen kann, nicht für die Ehre der Frauen, für die der Kinder besorgt zu sein, nicht für sich selbst zu fürchten braucht. Denn niemand wird gegen einen dafür, dass er ihn nicht verletzt, eine Verpflichtung zu haben anerkennen. Darum wird, wie oben gesagt, ein freier und neu erstehender Staat eine Partei von Feinden und keine von Freunden haben. Und wenn man diesen Übelständen und diesen Unordnungen, welchen die oben genannten Schwierigkeiten mit sich führen, möchten abhelfen will, so gibt es dafür kein kräftigeres, kein sichereres, kein heilsameres, kein notwendigeres Mittel, als die Söhne des Brutus hinzurichten, welche, wie die Geschichte zeigt, durch nichts anderes in Gemeinschaft mit anderen römischen Jünglingen verleitet wurden, sich gegen das Vaterland zu verschwören, als dadurch, dass sie sich unter den Konsulen nicht so außerordentlich geltend machen konnten wie unter den Königen. Der Gestalt, dass ihnen die Freiheit des Volkes ihre Knechtschaft geworden zu sein schien. Wer aber eine Menge zu lenken übernimmt, sei es auf dem Wege der Freiheit oder dem des Fürstentums, und sich nicht derer versichert, die dieser neuen Ordnung feindlich sind, schafft einen Zustand von kurzer Dauer. Allerdings halte ich diejenigen Fürsten für unglücklich, die, um ihre Regierung zu sichern, außerordentliche Wege einschlagen müssen, weil sie die Menge zu Feinden haben. Denn der, welcher die wenigen zu Feinden hat, sichert sich leicht und ohne viel Misshelligkeiten. Wer aber die Gesamtheit zum Feinden hat, sichert sich nie. Und je mehr Grausamkeit er ausübt, desto schwächer wird seine Herrschaft, so, dass man nach keinem besseren Mittel suchen kann, als sich das Volk zum Freunde zu machen. Und obwohl diese Auseinandersetzung der Überschrift nicht entspricht, da ich hier von einem Fürsten und dort von einer Republik rede, so will ich gleichwohl, um nicht weiter auf diesen Gegenstand zurückkommen zu müssen, in Kürze davon sprechen. Wenn also ein Fürst, ein Volk, das ihm feindlich gesinnt wäre, für sich gewinnen will, ich rede von den Fürsten, welche Tyrannen ihres Vaterlandes geworden sind, so sage ich, dass er zuerst untersuchen muss, was das Volk wünscht. Und immer wird er finden, dass es zwei Dinge wünscht. Einmal, sich an denen zu rächen, welche seiner Knechtschaft schuld sind. Zweitens, seine Freiheit wiederzuhaben. Dem ersten Wunsche kann der Fürst ganz genügen, dem zweiten zum Teil. Was den ersten betrifft, so ist dafür das Beispiel zu Hand. Als Klearch, Tyrann von Heraklea, in der Verbannung war, traf es sich, dass in einem Streit, der zwischen dem Volk und den Vornehmen von Heraklea ausgebrochen war, die Vornehmen, die sich im Nachteil sahen, den Klearch zu begünstigen, beschlossen und nachdem sie sich mit ihm verschworen, ihn gegen die Willensmeinung des Volkes nach Heraklea führten und dem Volke die Freiheiten nahm. Dergestalt, dass Klearch, als er sich zwischen dem Übermut der Vornehmen, die er in keiner Weise weder befriedigen noch bessern konnte und der Wut der Volkspartei, die den Verlust ihrer Freiheit nicht ertragen konnte, mitten inne sah, den Entschluss fasste, sich mit einem Schlage von dem Drucke der Vornehmen zu befreien und das Volk für sich zu gewinnen. Und indem er dafür eine schickliche Gelegenheit ergriff, ließ er zur äußersten Befriedigung der Volkspartei die Vornehmen sämtlich in Stücke hauen. Und so genügte er auf diesem Wege einem der Wünsche, welche die Völker haben, nämlich dem, sich zu rächen. Was aber des Volkes zweites Verlangen betrifft, seine Freiheit wieder zu haben, so muss der Fürst, da er es nicht erfüllen kann, untersuchen, welche Ursachen es sind, die in ihm das Verlangen erwecken, frei zu sein. Und er wird finden, dass ein geringer Teil desselben frei zu sein wünscht, um zu befehlen. Alle übrigen aber, welches unzählige sind, die Freiheit wünschen, um in Sicherheit zu leben. Denn in allen Republiken, wie auch immer geordnet, gelangen zu den Befehlshaberstellen noch keine 40 oder 50 Bürger. Und da das eine geringe Anzahl ist, so ist es ein leichtes, sich deren zu versichern, indem man sie entweder aus dem Wege räumt oder ihnen so viel Ehren zuteil werden lässt, dass sie je nach ihren Ansprüchen zum guten Teil sich begnügen können. Jene anderen, denen es genügt, sicher zu leben, sind leicht zufriedengestellt, indem man Einrichtungen und Gesetze schafft, worin zugleich mit der eigenen Macht die allgemeine Sicherheit begriffen ist. Und wenn ein Fürst dies tut und das Volk sieht, dass er bei keinem Vorfall diese Gesetze bricht, so wird es in kurzer Zeit anfangen, sich sicher und zufrieden zu fühlen. Als Beispiel dafür haben wir das Königreich Frankreich, welches sich aus keinem anderen Grunde sicher fühlt, als weil sich die Könige desselben an unzählige Gesetze gebunden haben, in denen die Sicherheit aller ihrer Völker begriffen ist. Und wer diesen Staat ordnete, der bestimmte, dass die Könige über die Waffen macht und über die Gelder nach ihrem Gutdünken sollten schalten können, über alles andere aber nicht anders verfügen dürfen, als die Gesetze ihnen vorschrieben. Der Fürst oder die Republik also, die sich nicht von vornherein ihr Bestehen sichert, muss sich dasselbe bei der ersten Gelegenheit sichern, wie die Römer taten. Wer diese vorüberlässt, bereut zu spät, nicht getan zu haben, was er hätte tun müssen. Da nun das römische Volk noch nicht verderbt war, als es wieder zur Freiheit gelangte, so konnte es dieselbe, nachdem die Söhne des Brutus hingerichtet und die Tarquinier ausgestorben waren, mit all den Mitteln und Einrichtungen aufrecht halten, die anderwärts erörtert worden sind. Wäre das Volk aber verderbt gewesen, so hätten sich weder in Rom noch anderswo Mittel gefunden, die stark genug waren, sie zu erhalten, wie wir im folgenden Kapitel da tun werden.